Heutzutage gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, einen Sprecher in Echtzeit aufzunehmen. Egal wo sein Studio ist. Herkömmlich über gebündelte ISDN-Kanäle oder über eine der neuen IP-Technologien. Hiervon gibt es jedoch viele verschiedene. Hardwarebasierte IP-Codecs, das SOS-Connect-System, Steinbergs VST-Connect, Soundstreak, um nur einige zu nennen. Aber welcher Standard wird sich in Zukunft durchsetzen? Als Studio, Sprecher oder Kunde willst du ja nicht Zeit und Geld in alle Systeme investieren. Eventuell ist ISDN an deinem Ort auch gar nicht mehr verfügbar. Oder die Anschaffung der Leitungen lohnt einfach nicht. Jetzt kommen wir ins Spiel. Wir sind deine Brücke zu allen verfügbaren Technologien. Wir verbinden deine Signale von ISDN auf IP und umgekehrt. Oder zwischen den verschiedenen IP-Möglichkeiten. Du hast weder ISDN noch ein IP-System zur Übertragung? Kein Problem. Auf Wunsch senden wir dir einen einfachen, kostenlosen IP-Client für Windows oder Mac. Alles, was du brauchst, ist ein schneller Internetzugang. Ein Mikrofon und Kopfhörer oder Lautsprecher versteht sich ja von selbst. Als Sounds-Fresh-Kunde kannst du uns natürlich auch die Aufnahme mit dem Sprecher komplett überlassen. Zuhören und zuschauen sowie Regie führen darfst du natürlich trotzdem. Über Skype, Telefon oder den kostenlosen IP-Client. Die High-Quality-Sprachaufnahmen kannst du dann bequem über unsere Webseite herunterladen. Einfacher geht's nicht. Alle Infos unter www.isdn-bridge.eu Die High-Quality-Sprachaufnahmen kannst du dann auf Tanya und mit unserem Die Hochul nachzul den kostenlosen IP-Client. Die Hochul nachzul der Erstmal leaks schon 10 Minuten.